Man muss die Neugierde einer Frau wecken. Ich habe noch nie zu einer Frau gesagt, gib mal deine Telefonnummer, sondern ich sage immer so, na, was schätzt du denn, was ich für eine Telefonnummer habe? Und schon zappelt der Fisch an der Angel. Dann kann man mit der Vorwahl erstmal anfüttern, dann sage ich immer so, mit Null geht's los. Und dann kommt eine Primzahl. Und wenn quasi im Flirtvorgang so ein Begriff wie Primzahl fällt, dann merkt die Frau sofort, auf welchem Level bei mir die intellektuelle Latte erigiert. Und dann kriegst du auch eine Nummer.